Das ist gerade Anna. So, das war's mit dem Video. Vom Game of Thrones. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier so was Geiles gebaut. Es ist richtig gut. Hey Leute, na? Oh, schön, dass ihr da seid. Kommt doch mit mir. Der Zoom klebt immer so ein bisschen fest. Zoomt weiter als ich wohne. Cool. Okay, ich mach mich los. Ach, nein, bleib schön hier. Nein. Hallo. Tschüssi. Ciao. So, wir sind hier gerade zum Park. Und, keine Ahnung. Jetzt rede ich mich selbst. Oh, die Sonne blendet. Du lass mich schnell filmen. Warte, warte, warte. Du musst natürlich auch sehen, wie es vom Weiten aussieht. Du kannst da gleich mal das Rote hier einfügen. Nur warum hätte der Stock jetzt gespielt? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was das denn wäre. Es ist bestimmt eine Installation oder sowas. Ja, ja, genau. Eine Installation. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Installation. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Wir sind professionelle Web-Videoproduzenten. Das ist dumm, Alter. Ach, mein Gino. Was macht ihr so? Schreckte Kamera. Sieht keiner. Nein, sieht keiner. Viel Spaß. Kann sowas so dummes, so lustig sein. Gut, so. Wie ist das? Jetzt ist der Robby. Jetzt können wir hier so wie im Film, so ein Shot-Gegen-Shot, die wir uns unterhalten. Hey, na, Herr Rotes, wie geht's dir? Ich bin dagegen, glaube ich, wenn du ein Auto gehörst. Jetzt musst du anfangen. Nee, hä? Nein, 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 so. Pass auf. Robin, ich muss mit dir reden. Ja, was ist denn? Ich bin gar nicht zu... Doch, ich muss zu sehen sein. Aber ich sehe mich selbst nicht. Was ist denn? Aber ohne müsste das nächste Feedback müssen wir so machen. Dann auch wieder zurück in die Schatte, oder was? Ja, ist das schwer. Ja, die erste Frage kommt von Kamerazug morgens hier nach Rot. Was geht das? Nach wo hast du das? Nach Rot. Training. 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 3,5 Karten platz. So. Guck mal, guck mal, lässig nach vorne. La la la. Du bist überhaupt nicht lässig. Ich denke, das Video spielt spätestens dort etwas, den niemand von Kopf fix. Ich treffe bremsen. So jetzt. Das ist so gerade daneben. So, ich könnte gar nichts machen. So, als hier so. Nee, kam nicht. Wie das ist. 20 cm. Gib mir das. Gib mir das. So, die Kamera. Hey, Leute, kennt ihr das, wenn man irgendwo hinter den Arsch... Robin, was ist hinter dieser Absträgerung? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Möglichkeit, das rauszufinden. Warte, wir gucken mal. Da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch hinter der Absperrung. Guck mal. Oh. Das ist wirklich ein furchterlicher Lustigus. Hier sind zwei Kinder, die gerade so anspringen. Ich bin still. Harry. Oh, Gott. Was ist die Kamera? Du bist so lecker. Kaput in die Höhle. Das ist so lecker. Pass bei. Jetzt geht es wieder. Das ist so lecker. Das macht mir so viel Spaß. Das ist so schön. Das ist so lecker. Was ist das da in dem Koffer? Ist das was Illegales? Hey, wollt ihr auch mal meinen Selfie-Stick? Was? Selfie-Stick. Ja. Selfie-Stick. Wie kann man das machen? Der Griff ist abgebrochen.